Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren beiden Ermittlern. Wir sind noch nicht weit gekommen, gebe ich zu. Weit weg vom Hostel oder vom Tatort, aber es ist trotzdem unendlich interessant schon. Und wir werden uns vermutlich jetzt auch noch nicht weit weg bewegen, denn ich will noch mal zurück zur Leiche gehen. Erinnert euch, wir haben versucht, unseren Scheiß gedanklich jetzt irgendwie mal zusammen zu bekommen über den Kack-Kompressor. Aber das ist gelungen. Das hat uns jetzt ein Boni gegeben. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das interpretieren soll. Alle weißen Würfelproben freigeschaltet. Doch, ich glaube, ich habe jetzt eine Ahnung, was das bedeutet. Wir können vermutlich alle weißen Würfelproben jetzt noch mal machen. Das bedeutet aber auch, dass ich glaube ich hier die Chance, dass wir das vernünftig hier hinkriegen, ohne zum dritten Mal kotzen zu müssen, dass sich diese Chance offensichtlich jetzt nicht erhöht dadurch, oder? Ich prüfe das mal. Wir gucken uns das noch mal an. Wir müssen es ja nicht versuchen. Aber ich schätze mal, wenn ich das richtig verstehe, wir können die Probe noch mal machen, aber wieder nur bei 8%. Mal gucken, ob ich richtig liege. Oh nein! Oh nein! Im Gegenteil! Plus 6 Scheiß beisammen. Jetzt ist die Chance, ja, ich würde mal sagen realistisch. Ich habe mir so für mich vorgenommen, dass ich so ab 70% bei Sachen, die mir wichtig sind, diese Proben mache. Ansonsten vielleicht gucke, ob ich noch das Ganze irgendwie steigere. Manche Sachen kann man einfach, glaube ich, so machen. Da ist es vermutlich auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht klappt. Aber die Sache scheint mir nun wirklich wichtig zu sein. Insofern also der dritte Versuch. So, Leute. Jawoll! Okay, als du einatmest, übermannt dich der Geruch. Du fühlst den überwältigenden Impuls, wegzurennen. Und dein Magen fühlt den überwältigenden Impuls, sich auszuwringen. Mit den Händen in der Seite und zugekniffenen Augen stehst du mittendrin. Riechen die immer so? Nach sieben Tagen schon. Die Verwesung ist bereits weit fortgeschritten. Gehen wir näher ran. Der Mann vor dir ist nackt. Mit Ausnahme einer Unterhose und Keramikstiefeln. Seine Haut ist... Was ist denn der Keramikstiefel? Naja. Seine Haut ist... Achso, wir sehen, was das ist. Hier. Oh Gott, das sieht ja aus wie so ein Sturmtruppler. Zumindest die Stiefel eines Sturmtrupplers. Na gut. Seine Haut ist gründig mit absterbenden Venen gemasert und von Leichenflecken überzogen. Ein verblassenes Netz aus Tätowierungen bedeckt Brust und Schultern. Der Spanngurt, mit dem er an dem Ast aufgehängt wurde, hat augenscheinlich Industriestärke. Also ein Gewerkschaft der Spanngurt. Ja, sag ich mal direkt. Wir untersuchen mal von unten nach oben. Wir untersuchen erstmal die Stiefel. Das Material scheint eine Art Keramik zu sein. Das saubere Weiß steht in starkem Kontrast zu dem verwesenen Fleisch. Ab dem Knie aufwärts. Der Mann trug dicke Polymersocken, wahrscheinlich als Polster. Eine dünne Schicht aus ineinandergreifenden Plättchen bedeckt sie. Ich vermute mal, es sind irgendwelche Arbeitsutensilien, dass er damit irgendwo reingeht, wo er arbeitet, wo es gefährlich ist, wo das besonders geschützt sein muss. Ich weiß es nicht. Innenleben sagt mir, das sind ganz offensichtlich nicht einfach Stiefel, sondern Panzerung. Das sind keine gewöhnlichen Stiefel, das ist Panzerung, sagen wir zu unserem Kollegen. In der Tat. Mit seinem Notizbuch unter dem Arm geht der Lieutenant in die Hocke, um die Sohlen zu begutachten. Genau genommen sind das Panzerschuhe, keine Stiefel. Was für eine Rüstung ist das genau? Keramikplättchen, höchstwahrscheinlich Zirkoniumdioxid. Hier sollte der Hersteller stehen. Wo? Unter dem Absatz. Fairweather. Er dreht den Stiefel leicht. Fairweather, Modell T500TK. Das steht wohl für technische Keramik. Echtes Hochleistungszeug. Hm. Was ist mit dem Rest davon passiert? Wahrscheinlich haben die Einheimischen sie sich geholt. Es wäre schon seltsam, wenn er nach sieben Tagen mehr anhätte. Okay, das ist die nächste Sache, die wir recherchieren sollten. Wo ist der Rest der Rüstung? Wir sollten nach Teilen Ausschau halten. Die Rüstung könnte Informationen bieten. Er nickt in Richtung Kuno. Vielleicht weiß er ja was. Okay, mit dem Typ nochmal sprechen? Hm. Vielleicht hat er nur diese Stiefel getragen und es gibt gar keinen Rest der Rüstung? Nein, er muss unter seiner Kleidung etwas Wertvolles getragen haben. Sie haben sämtliche Kleidungsstücke entfernt, um dran zu kommen. Nur wegen der stinkenden Lumpen haben sie ihn sicher nicht entkleidet. Also vielleicht ein Raupenmord? Hm. Wo ist denn all seine Kleidung? Haben sie sie irgendwo gesehen? Jemand könnte den Hinterhof aufgeräumt haben, aber das ist eine Frage für das rothaarige Etwas. Schon wieder der Bursche. Wir müssen unbedingt noch diesen Mülleimer aufmachen. Ich höre dich, Schwuchtelbulle. Laberst hier scheiße über den großen Kuno. Komm her und sack es Kuno ins Gesicht. Hm. Wir reagieren gar nicht auf ihn. Wir sprechen weiter mit unserem Kollegen. Und wenn sie ihm befohlen haben, sich auszuziehen, bevor sie ihn erhängt haben, um ihn zu demütigen? Sie erhängen einen normalerweise völlig nackt, wenn sie das bezwecken. La Pudra Madre, Mazda, die Bessmertie und Konsorten. Er hier hat noch immer seine Unterhose an. Was? Wovon redet er? Ist das so eine Art Mafia-Organisation? Was willst du mich jetzt ignorieren, Arschgesicht? Ja, genau, Kuno. Das ist der Plan. Kuno S., sein Freund. Kuno, diese Stiefelscheiße ist super langweilig. Und die Typen totale Wittupass. Hm. Gut, wir reden mal weiter über diese Sache. Dieses Material ist hier irgendwie fehl am Platz. Finde ich auch. Es ist teuer. Der Lieutenant malt mit seinem Zeigefinger im Kondenswasser auf der Keramik eine Linie. Wir fordern schon seit Jahren ähnliches Material für unsere Einsatzkommandos an. Doch das ist der Chefetage zu teuer. Unterdessen haben wir bereits sechs Kollegen durch halbautomatische Waffen verloren. Was kostet der Spaß denn? Für einen kompletten Satz etwa vier Jahresgehälter. Was? Wow. Enzyklopädie. In der Region Nordwest von Revacholl beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Officers 5500 Real. Zulagen nicht inbegriffen. Da klingelt die Kasse. Baby, du nickst den Stiefeln zu. Damit wollen sie sagen, er neigt den Kopf zur Seite, dass wir sie nicht als Beweisstück verbuchen, sondern einfach mitgehen lassen sollen? Ich glaube, wir können den noch nicht so gut einschätzen. Ich denke, also, ich meine, vielleicht ist er ja auch so drauf. Aber wir sind mal vorsichtig. Das können wir vielleicht mal machen, wenn er nicht dabei ist oder so. Keine Ahnung, ob das noch geht. Nein, das habe ich damit nicht gemeint. Natürlich nicht, er nickt. Na, vielleicht hätten wir uns offenbaren sollen. Beherrschung. Der Lieutenant nickt oft. Es ist ein Teil seines wenig plastischen Ausdrucksspektrums, mit dem er sowohl Professionalität als auch Sarkasmus zum Ausdruck bringt. Dieses Mal letzteres. Okay, gut. Also, das war Sarkasmus. Insofern hat er das kritisch gesehen, unsere Anmerkung, und wäre vermutlich nicht darauf eingestiegen. Auf so eine, na, vielleicht doch ganz nette Angelegenheit. Wie konnte sich dieser Mann eine solch teure Ausrüstung leisten? Das müssen wir herausfinden. Mein Vorläuferbericht über die Gegend weist darauf hin, dass er ein Sicherheitsbediensteter der Hafenfirma ist. Aber das weiß ich nur vom Hören sagen. Okay, das ist ja ein nächster, sehr interessanter Hinweis. Er schreibt schon einen vorläufigen Bericht. Den habe ich nur schnell im Revier gemacht. Ein Bericht über die Gegend, Martinez. Sie haben ja sicher auch einen geschrieben. Ja, ganz sicher. Die Ausrüstung ist für einen Sicherheitsbediensteten aber auf sehr hohem Niveau. Das sehe ich auch so. Diese Ausrüstung kostet wesentlich mehr, als ich einen Sicherheitsbediensteter leisten könnte. Okay, das weist darauf hin, dass er etwas ganz Wichtiges möglicherweise beschützt oder bewacht hat. Scheint also irgendwas mit Hafenangelegenheiten zu tun zu haben. Wir klopfen mal an den Stiefel. Ein leises, glockenartiges Geräusch erklingt, als ob man an die Seite einer Porzellantasse klopfen würde. Klingt zerbrechlich. Ganz im Gegenteil. Das Material verteilt kinetische Energie horizontal von Plättchen zu Plättchen, wodurch sie völlig aufgehoben wird. Er zeigt auf die Stiefel. Sehen Sie? Unscheinbare organische Linien überziehen die Plättchen an den Stellen, an denen sie sich in kleinere teilen. Diese Plättchen teilen sich wiederum in noch kleinere Plättchen auf, bis es insgesamt mehrere hundert davon gibt. Konzeptbildung meldet sich wie Windungen von Dielen. Das Design sieht organisch aus, inspiriert von Hölzern, die sich stark beanspruchen lassen wie Pock oder vielleicht Ebenholz. Woran erinnert mich die? Bestimmten Bäume aus Porzellan sähe ihr Querschnitt so aus. Ah cool, wir können uns sogar mit unseren eigenen Gedanken gibstermaßen unterhalten. Wir fahren mal mit den Fingern über die Linien. Die glatte, glänzende Oberfläche teilt sich in noch feinere Zergliederungen, die ihren Höhepunkt im rechten Panzerschuh erreichen. Dort bemerkst du... Oh! Oh! Wir sehen was, allerdings was Banales. Die Windungen haben die Form eines Buchstabens und einer Ziffernfolge. Aha. E-50-100.000. Du zeigst darauf, anscheinend ist da eine Seriennummer auf dem rechten Panzerschuh. Prima. Können Sie sie mir vorlesen? Er tippt sich mit der austrocknenden Spitze des Kugelschreibers auf die Zunge. Ja, E-50-100.000. Okay. Wir können, wir haben eine neue Aufgabe. Wir können diese Seriennummer jetzt überprüfen. Wir haben einen Hersteller und eine Nummer. Das ist doch was. Wir können das Funkgerät in meinem Kinema benutzen, wenn wir fertig sind. Jedes Revier kann sie überprüfen. Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, wir ziehen mal die Stiefel ab. Warum eigentlich nicht? Es war vielleicht noch ein bisschen ekliger als das, was wir jetzt erlebt haben. Mal gucken. Das fühlt sich gefährlich an. Bist du dir da sicher? Hm. Okay, unser Innenleben warnt uns. Machen wir mal noch nicht. Vielleicht später. Wir wissen noch nicht, was wir damit anfangen können, außer dass es super wertvoll ist. Lassen wir es erst mal. Die Panzerschuhe baumeln. Okay, alles klar. Gut. Dann betrachten wir mal die Leiche wieder in Gänze. Der Leichnam, dessen Oberkörper mit Tätowierungen überzogen ist und dessen Extremitäten pink-blau gefärbt sind, dreht sich am Spanngurt langsam hin und her. Ja, dann gehen wir mal weiter hoch. Den Gürtel. Meint der Gürtel, meint das jetzt den Spanngurt? Vermutlich. Wir untersuchen dann erst mal die Tätowierung. Ein verworrenes Netz aus blauen Linien erstreckt sich über den Oberkörper. Von der rechten Schulter bis hin zum Solaplexus. Immer dort, wo sich die Linien kreuzen, entsteht ein kleiner weißer Stern. Hunderte verblassene Sterne sind über seine Haut verteilt. Um sein Herz herum ist ihre Konzentration am höchsten. Okay, das scheint ja von irgendeiner Bedeutung zu sein. Ja, toll. Seine Leiche ist von Sternen gezeichnet. Wovon wird meine gezeichnet sein, frage ich mich. Alkohol und Herzschmerz. Hm. Wir fragen mal ganz naiv. Ist das eine Karte des Nachthimmels? Eine Karte des Nachthimmels? Er wendet sich ab, um durchzuatmen, bevor er sich das Netz genauer ansieht. Ich kann einige Gemeinsamkeiten mit Sternenkarten erkennen. Vielleicht messinisch aus dem großen Jahrhundert, aber das hier sieht spezieller aus. Irgendwie persönlich. Konzeptbildung? Als ob man den größten Teil des Nachthimmels aufgrund persönlicher Vorlieben ausgelassen hätte. Welche Vorlieben das gewesen sein könnten, bleibt dir verschlossen. Der Gedanke verfliegt und du fühlst dich, als hättest du nur zur Hälfte richtig gelegen. Ich übersehe hier etwas. So wie ich. Plötzlich erklingt ein hohes Geräusch, als der Lieutenant den Reißverschluss seiner orangefarbenen Jacke öffnet. Okay, wir sehen was. Er trägt einen breiten Ledergürtel und ein Holster unter dem Arm. Ah, das haben wir kurz gesehen, als er seine Jacke geöffnet hat. Das heißt, er hat eine Pistole dabei. Wir nicht. Er holt ein Stück gewalztes Aluminium aus seiner Jackentasche und zieht es auf. Es hört sich so an, als ob er ein Schwert aus der Scheide zöge. Eine kleine Linse kommt zum Vorschein. Es ist eine Art Fotoapparat. Fotoapparat. Was ist das? Ein Trigard Sunshine Mini. Okay. Trigard ist Weltmarktführer in der Herstellung von Interkommunikationsgeräten, vor allem Projektoren. Die Kamera kommt dir irgendwie bekannt vor. Aha, er fotografiert das jetzt also. Scheiße, Kuno, was zum Teufel ist denn das? Sagt Kuno S. Eine Farb-Sofort-Bildkamera. Ah, eine Art Polaroid in unserer Welt. Er holt zwei Blitzlichtbirnen mit Metallkappen hervor und klemmt sie an der dafür vorgesehenen Halterung an der Seite des Apparats fest. Dort funkelt ein dünner Schlitz. Jetzt bleiben mal alle stehen. Ich habe nämlich nur zwei Blitzlichtbirnen und will keine verschwenden. Er richtet die Kamera auf die Leiche und späht hindurch. Die Linse muss scharf gestellt werden. Und dann... Wow. Ein Geräusch, ein schriller Blitz, gefolgt vom Zersplittern eines gläsernen Birnchens. Du siehst, wie sich Farbe auf das dicke, glänzende Papier ergießt, das herausrollt. Okay, das ist echt Hightech, scheint mir. Darauf ist eine 1 zu 1 Kopie der tätowierten Brust des Toten zu sehen. Falls wir das noch einmal brauchen, sagt der Lieutenant und schüttelt das Papier, um es im kalten Wind trocknen zu lassen. Cooler Brat, wir sind wirklich erstaunt. Nicht wahr? Er schiebt die Kamera wieder zu und packt sie an seinem Gürtel weg. Der ist schon ziemlich cool, was? Wofür brauchen wir dieses Foto? Okay, nächster Auftrag, die Tätowierung des Opfers. Es gewährt Einblicke in die Person des Opfers. Basierend auf seinem Körperbau würde ich sagen, dass dies ein Mann physischer Gewalt war. Die Geschichte, die sein Körper erzählen sollte, war ihm wichtig. Es ist sein Brief an uns. Jemand sollte ihn entschlüsseln können. Wir müssen das Foto vielen Leuten zeigen. Okay, Kim hat, glaube ich, hier ganz moderne Ermittlungsmethoden. Oder er ist einfach nur ein Hobby-Psychologe. Kann ich es haben? Ich möchte es mir später anschauen, ohne den Leichengeruch. Prima, kriegen wir. Sicher, aber verlieren Sie es nicht. Er gibt dir das eingehäute Stück Fotopapier. Es ist kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Der Leichnam mit den glasigen Augen sieht ungerührt zu. Sein Mund bewegt sich nicht. Seine Haut ist so farbenfroh wie der Chemikalien-Regenbogen auf dem Fotopapier und wimmelt nur so vor opportunistischen Organismen. Na, lecker. Schauen wir ihm in die Augen. Seine Augen sind milchig-weiß und sehen die Welt nicht mehr. Sie treten skurril aus ihren Augenhöhlen hervor. Hier ist niemand zu Hause, nur Unterwasser-Horror. Auf seinem Kopf wächst dunkelbraunes Haar. Sein Gesicht steht aufgrund der organischen Abläufe darin, kurz davor zu bersten. Das Totenkopfgrinsen ist verflogen. Jetzt ist da nur noch eine ausdruckslose Masse. So, wir können unser Innenleben befragen. Ja, machen wir das jetzt mal. Also, verrate mir, wer du bist, Toter. Gescheitert, schade. Die Leiche ist totenstill. Du hast keine Ahnung, warum du das gerade gesagt hast. Wer ist er? Er ist männlich, zwischen 40 und 50, athletisch gebaut. Wir weichen wieder zurück. Die Leiche sieht mit Heiaugen geradewegs durch dich hindurch, während du ein Stück zwischen dich und ihrem Gestank bringst. Gut. Wir werden mal jetzt den Gürtel untersuchen. Der Henkersknoten wird durch das Gewicht der an ihm hängenden Leiche festgezogen. Gelber Polyester mit harten Kanten schneidet sich in seinen Hals. Darüber hält eine Schiebeschnalle den Gurt am Ast. Das ist ein Stahlverstärkter Lastenspanngurt, der große Bruder des normalen Spanngurts. Er wird dazu benutzt, Fracht unter Luftschiffen mit sechs Rotoren zu befestigen, sagte uns unser enzyklopädisches Wissen. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß, aber das ist ein Spanngurt, der zum Lufttransport von Frachten verwendet wird. Lufttransport? Ich dachte, das würde man bei Lastern benutzen, um Ladung zu verzurren. Anscheinend ist das die verstärkte Ausführung für Lufttransporte. Das sagt mir mein Gehirn. Sehr gut, Erfahrung gewonnen. Er nickt. Im Hafen hier kommen sechs Rotore zum Einsatz, um Container hin und her zu transportieren. Ich habe langsam das Gefühl, dass einfach das nächstbeste genommen wurde, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, sich nicht selbst zu belasten. Okay, spricht auf jeden Fall wieder für Arbeitergewerkschaft. Dann haben wir also Hafenarbeiter im Verdacht. Die Zusammenfassung hat das jedenfalls anklingen lassen. Politisch motiviert durch den fortwährenden Streik. Haben Sie dann keine Zusammenfassung erhalten? Ah, okay, wartet mal. Wir erinnern uns, wir haben Unterlagen im Klo irgendwie offensichtlich ins Klo gestopft. Hm. Wir werden mal hier ganz deprimiert antworten. Meine Vergangenheit wurde vollständig ausgelöscht. Nichts ist geblieben. Weder meine Mutter noch die Liebe meines Lebens und erst recht keine Zusammenfassung. Okay, wir können jetzt Kim bitten, uns vom Fall zu erzählen. Das ist gut. Na schön, er blinzelt. Dann sollten Sie mich, sobald wir einen Moment Zeit haben, nach einer fragen. Okay. Gut, die wollten sicher gehen, dass er auch da oben bleibt. Der Gurt ist mit Stahlfäden verstärkt. Das hatte ich schon befürchtet. Er steht auf, um die Schlinge zu untersuchen. Dünne Stahlfäden parallel eingearbeitet. Ihn runterzubekommen, wird schwieriger, als ich angenommen hatte. Aber wir haben ja den Bolzenschneider. Wie haben die ihn überhaupt da hochbekommen? Das ist allerdings eine gute Frage. Eine Schlinge gehört zu den Dingen, die von einer Seite her einfacher zu benutzen sind, als von der anderen. Er zeigt auf die Schnalle, die den Gurt an den Ast bindet. Ja, aber trotzdem, man muss ja irgendwie oben sein. Ach so, ja, hier ist ja auch so eine Art Leiter. Ja, alles klar. Das geht natürlich. Sind Sie an der Kinderleiter hochgeklettert? Genau, das war jetzt auch meine Assoziation. Du zeigst auf die bunte Leiter an der Seite des Baumes. Die Leiter hält keinen Erwachsenen aus. Oho. Ich habe auch keine Splitter gesehen. Sie vielleicht. Ich vermute, dass Sie eine Gurtschlinge um den Ast geworfen und dann am Gurt gezogen haben, um die Schnalle zu schließen. Er macht eine Ziehbewegung. Ach so, Sie haben das rübergeworfen, dann schon unten die Schnalle eingefädelt und dann haben Sie nur hochgezogen. Das geht natürlich auch, wenn der Gurt lang genug ist. Das ist visuelles Kalkül möglich. Die Form des Astes spricht dafür. Gut, dann wissen wir das vielleicht auch schon. Wir betrachten die Leiche nochmal. Und gehen noch ein bisschen weiter zurück, kneifen die Augen zusammen. Als du deine Augen zusammenkneifst, verschwimmt das Monster vor dir zu einer brutalen Mischung aus Grün und Pink. Visuelles Kalkül, das ist ein Trick. Das hast du schon einmal gemacht. Das Pink ist der Bereich, an dem sich das Blut in den ersten Stunden nach dem Tod gesammelt hat. Damit kannst du feststellen, ob etwas an der Leiche manipuliert wurde. Er entspricht seiner Lage zum Zeitpunkt des Todes der Verfärbung. Okay, verstehe ich nicht ganz genau, wie dieser Trick funktioniert, aber Raphael weiß schon, was er tut. Wir beobachten weiter. Nur einige Teile des Körpers sind Pink mit einem Klecks von Blau. Seine aufgedickten Hände, die Oberschenkel und der Hals direkt über der Schlinge. Der Rest der Leiche erscheint in der kalten Frühlingsluft dunkelgrün. Hm, wir teilen das mal mit. Sein Gesicht und seine Hände sind Pink, die Oberschenkel auch. Ich sehe es. Ja gut, das sehen wir auch hier, ohne zusammenkneifen. Egal, er rückt seine Brille zurecht, auch sein Hals. Der Leichenfleck zieht sich bis zu seinem Kinn. Wir haben hier eine ordentliche, kräftig ausgeprägte Verfärbung. Das Monster wird wieder scharf, weil wir unsere Augen entspannen. Eine Farbexplosion, durch die sich gemaserte Ader entziehen. Der Bauch scheint mit etwas schwanger zu sein. Eine schwarze Flüssigkeit strömt seinen Oberschenkel hinunter auf seinen Stiefel. Also, was halten Sie davon? Hm. Wir weisen mal darauf, dass da etwas rauskommt. Eine Lache aus Blut und Fäkalien hat sich in den gefrorenen Schlamm unter den Füßen des Mannes gefressen. Verflüssigtes Gewebe tropft hinein, ein Tropfen nach dem anderen. Der, das Opfer scheint zum Zeitpunkt des Todes nicht mehr als ein halbes Kilo Mageninhalt gehabt zu haben. Scheiße, was sagt er da? Die Schwuchteln reden über Scheiße. Hm. Wir ignorieren die mal weiter. Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod auf die Toilette gegangen? Kann sein. Eigentlich will er nicht, solange darüber nachdenken. Okay, da sind wir jetzt damit nichts weiter rausbekommen. Er ist übel zugerichtet. Sehen Sie die Prellung? Die sehe ich. Die meisten wurden ihm postmortal zugefügt. Vielleicht sogar alle. Diese jugendlichen Straftäter hier haben uns mit ihrem kleinen Vergnügen die Arbeit erschwert. Hör auf, in Rätseln zu sprechen, Schlitzauge, sagt Kuno. Kuno S. Er meint, dass du ihn verfickt fertig gemacht hast. Kuno schreit das Mädchen. Ach, das ist ein Mädchen? Okay, wow. Hast du ihn voll brutal fertig gemacht? Naja, haltet jetzt mal die Klappe. Ich glaube, dass er nach dem Tod in aufrechter Lage war, seine Hände, Füße und der Hals sind verfärbt. Das meine ich auch. Er zeigt auf den Gurt. Vor allem am Hals. Der Gurt hat als Tourniquette fungiert und das Blut in seinem Kopf gestaut. Die Hypostase weist ebenfalls auf ein Erhängen hin. Joa, sieht mir nach einem Lünchmord aus, ne? Hier scheint alles diese Annahme zu untermauern. Trotzdem sollten wir ihn herunterholen, bevor wir eine wahrscheinliche Todesursache attestieren. Okay, dann machen wir das. Die erste Bemerkung scheint mir jetzt unsinnig zu sein. So, und wie bekommen wir ihn darunter? Er hält inne, um nachzudenken, und geht dann seine Notizen durch. Sind Sie sicher, dass wir die Voruntersuchung der Leiche abgeschlossen haben? Es könnte sein, dass wir etwas übersehen, sobald der Tote unten ist. Ich denke, wir haben alles untersucht. Joa. Wir haben hier gründlich gearbeitet. Haben Sie einen Plan, wie wir ihn darunter bekommen? Okay. Untersuchung plus 70 abgeschlossen. Damit haben wir erstmals einen neuen Fähigkeitenpunkt, aber dazu später mehr. Hm. Der stahlverstärkte Gurt stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Ich habe einen Bolzenschneider mitgebracht, aber ich kann keinen guten Ansatz zum Schneiden erkennen. Rhetorik. Er findet eigentlich nicht, dass die Herausforderung ganz besonders ist. Für ihn ist sie frustrierend, lästig und schwieriger, als er gedacht hatte. Okay, wir sollen die Leiche vom Baum holen. Die Leiche hängt gut 1,2 Meter in der Luft. Keiner von uns beiden kann den Gurt ohne Hilfe erreichen. Und selbst wenn wir drankommen, müssen wir noch das Material durchschneiden, das immerhin für Luftschirffrachten ausgelegt ist. Hm. Wir könnten natürlich den Burschen fragen, ob er da hochklettert und das für uns macht. Kann das nicht jemand anders machen? Jemand anders? Er macht eine Pause. Meinen Sie vielleicht die Polizei? Na, ich meine jemand, der im Rang unter einem Detektiv steht. So wie ein Müllmann oder ein Reinigungstrupp? Da habe ich leider schlechte Neuigkeiten für Sie. Genau das macht ein Detektiv. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber eines kann ich Ihnen versichern. Uns kommt niemand zu Hilfe. Und wir haben hier ein fortschreitendes Hygieneproblem. Wir müssen ihn herunterbekommen. Hm. Ach stimmt, der hat eine Pistole dabei. Vielleicht können wir ihn herunterschießen. Äh, Kunues. Ja, Mann. Der Enthusiasmus ist unverhohlen. Jetzt wird geballert. Bullenschweine, knallt ihm die Rübe weg. Kim. Der Lieutenant bleibt ungerührt. Wie? Visuelles Kalkül. Da, wo die Schnalle den Gurt am Ast festbindet, da wäre eine gute Stelle zum Ziel. Auf die Stelle zeigen wir mal. Da, wo die Schnalle den Gurt zusammenhält. Wo genau? Er rückt sich die Brille zurecht. Ah ja. Jetzt sehe ich es. Ein Treffer dort löst möglicherweise den Gurt. Kuno. Jetzt geht es hier endlich mal zur Sache. Unterhaltet den großen Kuno mit eurem Scheiß. Kuno S. Die werden nichts treffen. Die Bullenschweine werden daneben schießen, Kuno. Hm. Ich weiß nicht, ob wir, ob, sind wir, ich habe keine Ahnung. Sind wir gut ins Schießen? Auge-Hand-Koordination ist das Schießen. Fertig zielen ja drei. Hm. Keine Ahnung, wie gut er ist. Hm. Schießen Sie nur, Lieutenant. Was soll schon passieren? Kim, ich knall Ihnen die Rübe weg. Los, jetzt schieß. Genau, jetzt schieß mal. Kuno will sich den Scheiß gönnen. Stille. Mit angespannten Ellbogen zieht der Lieutenant den Reißverschluss seiner Jacke herunter. Und holt eine leichte Schusswaffe heraus. Er lässt eine Papierpatrone in den Lauf fallen, nimmt den Ladestock ab und stößt damit fünfmal gegen die Patrone. Okay, enzyklopädisches Wissen. Es handelt sich um eine Kiel A99 Amistich. Ein Vorderlader aus Massenproduktion, asketisch, schnörkellos und eine der meistproduzierten Schusswaffen der Welt. Dann geht er ein Stück zurück und nimmt die Phallustes-Position ein, um zu zielen. Sein Augenwinkel zuckt, sein Finger befindet sich am Abzug. Ballern Sie den Huren so darunter. Ja, Kuno S., er wird total daneben schieben. Uh, die Stimme des Kindes geht in einem schrillen Knall unter, der von den Wänden der umliegenden Wohngebäude wieder heilt. Eine Rauchwolke steigt langsam in der Luft auf, während der Lieutenant zurückkommt und zu sich selbst sagt, verdammt nochmal. Okay. Verfickter Idiot! Mulkuper-Arschloch, sagt Kuno S. Kuno hätte mit links getroffen, aber Kuno ist auch nicht behindert. Hm. Jetzt können wir es ihm zurückgeben. Verdammt nochmal, kriegen Sie Ihren Scheiß zusammen? Ja, genau, das sagen wir jetzt. Bleiben Sie Kollegial-Officer. Das hätte jedem passieren können und es wird mir nicht noch einmal passieren. Ja gut, dann kann er ja normal probieren. Vielleicht sollten Sie es einfach noch einmal versuchen. Nein, wir haben unser Glück schon ausreichend auf die Probe gestellt. Wir haben nichts kaputt gemacht und auch das Opfer wurde nicht getroffen. Er lässt den Blick schweifen, vor allem hinauf zu den umliegenden Fenstern. Mit jedem weiteren Fehler könnten wir es uns mit den Einheimischen verscherzen. Man beobachtet uns. Ich habe uns damit keinen Gefallen getan. Hm. Na ja. Und nun? Es sieht leider nach aus, als ob wir ihn ohne Hilfe da nicht runterbekommen. Wir könnten den Ast absägen. Da wollen Sie hochklettern und den Ast absägen? Na gut, könnte gefährlich sein. Da muss es einen weniger riskanten Weg geben, mit weniger vom Baum fallen. Ich kann versuchen, ihn selbst herunterzuschießen. Es ist schon schlimm genug, dass wir wie Wilde um uns schießen. Er hält ihn und zuckt dann aber mit den Schultern. Machen Sie nur, ich halte Sie nicht auf. Treffen Sie bloß nicht das Opfer. Dafür brauche ich Ihre Waffe. Kuno S., die haben echt nur eine Waffe? In Leben? Ups. Oh Mann, das sind ja echt die lausigsten Bullen, die Kuno je gesehen hat. Sagen Sie mal, Officer, warum haben wir eigentlich nur eine Waffe? Achtung, Scheiße. Wir hätten eigentlich auch eine haben sollen. Au, verdammt, jetzt wird es immer unangenehmer. Ja, fragt er, während er behutsam seine Pistolette lädt. Ei, 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 wir sagen mal nichts. Kim tut es dir gleich. Schweigen lädt er seine Waffe fertig und übergibt sie dir. Du nimmst die Waffe. Okay, jetzt haben wir die. Genau, nimm sie, du verfickter Banana-Poika. Nimm sie und schieß sie in den Mund. Wir machen uns erstmal mit dem Gewicht vertraut, finde ich gut. Das kalte Schießeisen, eine Mischung aus Bakelite und Rotguss, ist erstaunlich leicht. Dein Finger passt genau durch den Abzugsbügel und legt sich instinktiv auf den Abzug. Kuno S., wartest du auf den Osterhasen oder was? Kuno, sag ihm, dass er sich in den Mund schießen soll. Am liebsten würde ich einen kleinen Warnschuss in die Richtung der Kinder abgeben. Du zielst mit der Waffe auf den Gürtel. Du konzentrierst deinen Blick auf die Schnalle und nimmst einen festen Stand ein. Deine linke Hand unterstützt deinen Schussarm. Ui, 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 28 Prozent. Warum schießt du dir nicht einfach in deine Schwuchtelfresse, zischt sie. Da triffst du wenigstens. Okay. Oh, wir könnten mit der Waffe auf Kuno S. zielen. Das wäre natürlich auch eine geile Aktion. Auge-Hand-Koordination. Ich glaube, da haben wir auch nichts, um das zu verbessern. Wir sagen erst mal Ruhe. Oder was? Willst du mich fertig machen? Ihre Stimme wird fast zu einem flüstern. Na, willst du mich fertig machen, Bullenschwein? Hast du das im Sinn? Okay, jetzt zielen wir mal mit der Waffe auf sie, um ihr ein bisschen Schreck einzujagen. Komm schon, Schwuchtel, befreie mich. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast das Gefühl, dass es gefährlich wäre, diese Kreatur befreit auf den Kosmos loszulassen. Kim, tun sie das nicht. Du spürst die Hand des Lieutenants auf deinen Schultern. Schwuchtel! Sie reißt ihre Clubjacke auf, um ihre Brust zu entblößen. Tu es! Ja, wir machen das jetzt nicht. Du zielst mit der Waffe auf den Gürtel. Krasse Scheiße, Polyp. Gott, wir sind echt denen echt unterliegen. So, die Schwuchtel hat nur ein bisschen mit der Waffe rumgefuchtelt, keucht sie. Außer Atem vor Aufregung. Das war nicht krass, sondern armselig. Oh mein Gott. Minus eins auf Provokation eingegangen. Okay, wir machen unser Link des Auges zu. Dein Blickfeld verengt sich. Der Ast bewegt sich langsam und wird gänzlich zweidimensional. Die Metallschnalle glänzt in der Morgensonne, während sich die Leiche langsam dreht. Der sich im Wind langsam bewegende Ast und deine Schultern, die die Waffe führen, bewegen sich nun im Takt eines hypnotisierenden Tanzes. Guck mal, der heult. Fängst du jetzt noch an zu heulen, du scheiß Figiri? So, jetzt schaut mal, jetzt haben wir die Astbewegung einberechnet, sind wieder bei 28%. Egal, wir versuchen es jetzt auch. Wir drücken ab. Oh nein, wir haben ihn in den Bauch geschossen. Ach du Schreck. Ich glaube, sieht so aus, ne? Eine Rauchwolke entlädt sich aus dem Lauf. Durch den Rückstoß verlierst du das Gefühl in deiner Hand. Deine Ohren pfeifen noch, dann nimmst du schon die Waffe herunter, um zu sehen, was passiert ist. Du hast den Gurt verfehlt und stattdessen den Toten mitten in die Brust getroffen. Ach du Kacke. Teile seines Brustkastens treten aus der Haut hervor. Es ist kein Blut, das seinen Bauch hinabtropft, sondern ein trüber Schleim. Der plötzlich auftretende Gestank treibt dir Tränen in die Augen. Oh Gott, Moral verloren. Kunos. Oh je, er wird gleich anfangen zu heulen. Verfluchte Scheiße, ich wusste es. Was für ein Mullkuh. Lieutenant, da stimmt was mit ihrer Waffe nicht. Die schießt immer daneben. Der Amistice ist präzise genug, Officer, besonders auf kurzer Entfernung. Er nimmt dir seine Seitenwaffe ab und steckt sie wieder ins Holz da. Kuno. Die Waffe kann nichts dafür, dass du nicht schießen kannst. Es liegt an deinen Schweinehänden. Kuno, Schweine haben doch gar keine Hände. Die haben irgendwo Hufe oder so einen Scheiß. Kuno hat Hände, er zeigt seine kleinen pinken Finger. Kuno kann dir den Scheiß da runterschießen. Äh, das ist doch lächerlich. Dir geben wir keine Waffe, Junge. Das ist doch lächerlich, äfft sie dich nach. Kuno S. Hier bist nur du lächerlich. Kim, wir müssen ihn noch immer irgendwie herunterbekommen. Sein Tonfall klingt jetzt sichtlich genervt. Wegen des Gestankes muss er sich von der Leiche abwenden. Ja, aber wie? Auf die schlechte Art. Die Art, auf die ich das nicht lösen wollte. Er seufzt. Indem wir den Hafen um Hilfe bitten. Die haben Werkzeuge und Leute. Wenn sie ihn da aufgehängt haben, dann können sie ihn auch wieder abhängen. Hm. Aber ist das nicht gefährlich? Die Verdächtigen um Hilfe mit der Leiche des Opfers zu bitten, in Evrath Claires Schuld zu stehen. Oh, den Namen hören wir, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Sehr sogar. Da hätte ich es lieber gehabt, wenn wir das hier alleine erledigt hätten. Aber das können wir offensichtlich nicht. Nicht, Kuno S. Ihr verfickte Opfer. Wer ist Evrath Clair? Der Gewerkschaftsführer. Nach dem, was ich gehört habe, ein gefährlicher und korrupter Mensch. Jemand, dem man nicht viel schulden will. Genau. Ihr sollt von niemandem die Nutte sein. Ihr seid Kunos Nutten. Okay. Und wie gelangen wir in den Hafen hinein? Von den Toren aus, indem wir verhandeln oder kämpfen. Ich habe herzlich wenig Lust auf einen Kampf. Es sieht sich um. Oder wir könnten uns als dritte Option umsehen und noch eine Art Geheimweg suchen, was allerdings wenig erfolgversprechend ist. Nein. Hier sind wir ja schon weitergekommen. Wir kennen einen Geheimweg. Zu den Toren wir verhandeln. Nein. Das machen wir anders. Uh. Leute. Was für eine Riesenpleite. Naja. Immerhin, wir konnten die Leiche untersuchen. Aber das war es dann auch schon. Dass wir da mit der angestellt haben. Das war ziemlich, ziemlich erbärmlich. Gut. Gucken wir kurz nochmal, was sich hier getan hat. Wo ist der Rest der Rüstung? Aha. Da sollten wir zunächst noch Bruno fragen, was der weiß. Die Seriennummer können wir überprüfen. Sehr gut. Tätowierung müssen wir überprüfen. Wir müssen mit unserem Kollegen sprechen wegen der Zusammenfassung. Naja. Und die Leiche. Das zieht sich noch hin. Oh, Leute. Es bleibt interessant. Was ist hier nochmal dazugekommen? Ah, ja. Das sofort Foto der Tätowierung. Lieutenant Kizuragi hat dieses Foto von den Tätowierungen des Gehängten geschossen. Es zeigt das verworrene Netz aus blauen Linien, das sich über dessen Brust erstreckt. Du musst zugeben, dass das ziemlich abgefahren aussieht. Okay. Aber so richtig, ganz genau kann man sich das nicht anschauen. Okay. Wir werden mal diese Interaktion später machen. Wir stecken das Foto erstmal wieder ein. Aber wir haben gesehen, wir können damit noch was machen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Fortsetzung unserer Ermittlungen. Bis dahin macht's gut. Euer Steinballen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Fortsetzung der Tätowierungen des Gehängten. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Fortsetzung der Tätowierungen des Gehängten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Tätowierungen des Geekten.